Wir leben in einer Zeit, die für uns irgendwie ungewohnt ist. Die Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt uns sehr. Wir erleben, dass bestimmte Freiheiten eingeschränkt werden und wir fragen uns, wie wir dazu beitragen können, dass die Übertragung des Coronavirus unterbrochen wird. Jeder von uns kann etwas dazu beitragen und dazu möchte ich Sie ausdrücklich auch um Mitwirkung bitten. Die Augsburgerinnen und Augsburger haben mit einem hohen Maß an Unaufgeregtheit die bisherige Zeit gestaltet. Jetzt geht es darum, die eine oder andere Einschränkung zu akzeptieren, vor allem Menschenansammlungen auf das notwendige Maß zu reduzieren, sich zu überlegen, ob man an Veranstaltungen teilnehmen möchte oder nicht, ob sie einem persönlich wichtig sind oder nicht, ob sie überhaupt wichtig sind oder nicht. Und so werden wir auch gemeinsam mit einem hohen Maß an Zusammenhalt dazu beitragen, dass es hier in Augsburg gut gehen wird. Wenn wir Augsburger zusammenhalten, können wir viel miteinander schaffen.